Herzlich willkommen hier zum weiteren Video auf meinem Kanal und das wird jetzt ein ziemlich langes Video weil wir ziemlich viel jetzt äh spielen werden und mit dabei ist der gut er sagt halt einfach nichts okay ich frage ich glaube dass mein You falls ein bisschen abgehakt weil ich auch so sehen noch mal auf die Aufnahme Pause geklickt habe aber auch direkt wieder drangemacht habe Egal ich habe Prozent Prozent ich will ich check das spiel nicht aus dem Kisten Kiesten über und Kisten die Kisten 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 du hast noch ein Schwert ich hab leider nur ein Schwert ist um der absoluter Neuling schafft keine Ahnung wie Trommel geht die Ansage wird wahrscheinlich ist es gleich noch mal machen aber egal ich habe sich von ausgesprochen und ein Schiff ich habe es schwer hat aber ich finde das kann auch keine Kisten mehr das ist so mein Problem drei Sekunden so erinnert Jürg Fäller Träger und steht im Moment später wenn wo steht das im Zettel was steht da naja okay Innozent direkt direkt ein Täter ist was ist das für Zombies die rumlaufen sind das Zombies das erleichtert rechno jetzt sind sie verdächtig ich bin ich ich bin ja wenn hallo ich bin ich ich bin die Tektiv hat was kennt er steht hier das ist das Ziel von Holz wird ich glaube ich glaube du hast auch war war was war auch warum ich hab mir nur getötet was hat man irgendwas zum Testen wer Traitor sein könnte oh lol ja Traitor Tester keine Ahnung auf jeden Fall war da grad so ein Typ auf jeden Fall war da grad so ein Typ halt und der hat so auf andere geschossen und hab ich den getötet was war natürlich hier ja der hockte da so komisch da oben da hab ich ihn direkt ich geh unten wahrscheinlich kommt ne ich geh einfach gucken was ist hier unten ist hier das ich glaube ich weiß wo der Traitor Tester ist das arg ach so ich bin jetzt ganz unten entweder hier unten lang ich bin jetzt ganz unten ganz unten ich hab keinen Fakt ist jetzt gleich wieder hier sind viele gestorben ja jetzt sind recht viele gestorben äh Beul was heißt es ja ne Beul ach so äh Digga wo bin ich denn hier ich bin ja absolut ich bin viel zu weit unten ich hab er gilt 1 und als immer wo bist du ich glaube gerade in der Mitte diesen Turm hoch No ja er wird geschlagen er wird geschlagen er wird wird wer denn der 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 detektiv wurde geschlagen das ist nicht gut nur johann wurde einfach geschlagen aber es war er schlägt mich hallo die Städte der Städte der Städte der Städte jemand der Töte wer 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 hinter mir ist der einer Mädchen muss ich ich denke ich glaube Tomo ich sehe ich selbst ich sehe ich sehe ich tötete sie und sie war sie war eh noch Leute getötet das wird es ein Typ oder wer hat mich getötet er war immer Neul hier schlau hier schießt einer rum na auch ich hab Angst Simon ich kann leider nicht sehen wer Traitor ist du kannst Leuten zugucken diese Kontrolle hoch ich hab Angst die Blauen sind gut Vorsicht Vorsicht du kannst du dich ab hey da auch warum ich bin absolut nett ja der schlägt sich herrlich gefällt mir gelappt ich habe Angst die wollen mich nicht töten also er hat mich auch in Ruhe ich habe nichts damit zu tun ich finde ich habe ich habe die Tischer Mensch ich habe nur keine Lust dass sie mich töten hey der schlägt mich ich hab die getötet die dich angegriffen hat das war die Hälfte und so nicht das Rheinland Killing verkehrt so ab das ist immer noch hinter mir oder nennen hier ich habe keine Lust dass sie mich töten ne ich nicht ich ich hey wie kann ich denn nicht rein ist hinter mir einer nennen ne äh ja ein Detektiv aber der wird mich ja wohl kaum wählen oder nur wenn du dich als Traitor erweist hihihi 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 das ist wohl warum tötet der mich tötet nichts damit zu tun ja mann du hast ihn noch ne ja was heißt der ich schrieme ups an der Selle andere warum mann der war auch der eine Feuermillion am besten zu sein der war Traitor ich werde da die Tektiv der war Traitor der hat mich getötet ich will stellen hihihi okay er hat in einer anderen runde 不翻譯 teach wo bist du na se last man nächste Runde Laird der Game Start und ich sehe keine Leute Schäferleiterin jetzt kommt erstmal wieder die Anzeigen die Möps eigentlich voll Kulte zum Beispiel Nordrhein im Kiel hat der Elbe super funktioniert merkt man ich hab einen Bogen abgestattet in der Haarholzschwert mann ein starkes Schwert zwischen die Schwarzschwert damit geht es dann kannst du keinen Kellen damit schafft es ist so schwer zu kennen es sei denn die haben viel schlechteres Schütteln gar kein Schwer oder so die Kiste öffnet da war einfach nur Pfeile drin Steinschleiter und Bogen und Pfeile Mann ich warte gar nicht ich bin völlig kürzlich war Katerraub ich sehe ich schließlich Hallo und Mann da hat vorgebrachte kann auch nicht fest fünf Sekunden 5 5 8 kann ich ich habe schon fünf Schäuze öffnet und ich bin ich das bin ich Hoh Gott er hat kaum weiter bis zu erinnern wie ich zuf für die Stürmer 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 hier ist einer ich weiß nicht nicht töten und das Jahr vor der Karte der einschätten ja und juckt doch kein okay es kann ja wenn ich weglaufen würde für die wir sind viel zu auffällig für gar nicht auffällig ich glaube nicht direkt weg was machen die hier alle Loli sind ja alle ja wie soll man denn so ein Töten und man muss sie weglocken wie denn das ist unmöglich Jojo ich bin abgeschossen die ganzen Leute die jetzt nicht draußen rumlaufen die ganzen Leute die draußen rumlaufen sind Traitor hier draußen offen genug rum Luca 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 folgt dem Volk den als das kommt die Tech das und alles hinter und her hier hier ist aber hier kommt noch Täter von uns also nicht mehr während Verlauptschlag die Metzl den Metzl den Metzl ich will ich das nicht angehe sie man schlagt den ja vorliegte das kann ich nicht schlagen eigentlich hier und warnt ja okay noch die Leute hat der Tech ich weiß sie machen so auch Schaden müssen aufpassen und das aufhältst du hat wurde aber mann alte wie soll mit ihr da drin kriegen die schlucken ja wie ich kenne mich an der ehrer dieser Rande im Keller das nervt richtig er hat mich einfach nur an das ist einfach nur auf mich drauf gelaufen ich habe getötet und das nervt mich halt so ich würde gerne mal TTT spieler so richtig normal mit Geri's Mord die Regierungsmaßnahmen also ich habe an der Herzen hier ich würde mal laufen und sie die eine folgte Rolle das war nicht so die Egelehrte das Wort der nächste konnte Tick der Kompetenke kommen er das fällt gar nicht auf der Rendenkiller kommt Simon das heißt klauen die ich schaue er ist so ein Wettbewerb der Verwendung der Krim so eine Klinik und es hat sich das nächste Runde um aber es macht viel Spaß mehr zweit mit fünf oder sechs Leuten Prozent der Wissmotspielen er kann so richtig verarschen holen holen hier ist man da da kann man sich verarschen das bist du ja ein bisschen da kann man sich der geile Armarm Warte mal, warte mal und weg gesagt... Auch alte bin ich blöd... Ähm... Einfach schon mal vor, ob ich aufzunehmen... Muss mal gucken, ob ich das auch gekriegt... Eine schöne TTT-Runde... Die, wo mal langsam kommen würde... Ich weiß halt gar nicht, was er macht... Wie diese random-killer sind, das war neulich ziemlich von Ihnen... Man kann nicht nur auf 5 Modus gehen, oder? Hä? Also... Doch, ja, ich stand einfach nur über unsichtbar am Block... Und unsichtbar am Block... Also, Sie, ich hätte noch mal Bock, dass wir vielleicht ein Aufnahme... Die, die, die richtig geil... Da gibt's hinter dem Traitor-Tester gibt's einen Knopf... Und im Traitor-Tester alle, die da drin sind, fallen dann nicht tief... Simon... Ja... Ich hätte richtig Bock, äh, Dings, hier mal, äh... Äh... Wieder, worum ich noch mal aufzunehmen, oder so... Fingern... Do not run and kill... Hat es immer so gut funktioniert... In mir ist einfach nicht jetzt gesorgt... Ja, bei mir auch... Chess... Oh, kack, was soll ich mit dem Holzschwerd... Und den Steinschwerd... Das war überhaupt noch mal als Schwerd... Das ist Schwerd... Das ist Schwerd... Das ist Schwerd... Das ist Schwerd... Oh, wieso krieg ich eigentlich nur... Ich hab' ein Steinschwerd... Nein... Ich hab' ein Steinschwerd... Ich hab' ein Steinschwerd... Okay, ich kann schon keiner mehr... Hä, wo ist denn der Kack-Trader-Tester? Weiß nicht, ich bin noch bei den Bahnschienen... Wo sind die Trader-Tester? Das wäre jetzt ne gute Frage... In irgendeinem Gebäude... Auf jeden Fall, wenn man Knopf an diesem Gebäude drückt... Fallen alle unter die im Trader-Tester... Ja, dafür muss ich erst mal wissen, wo der ist... Ja, ich suche ihn halt auch... Ich glaube, ob ich hab' ihn, oder? Der ist safe in dem riesen Gebäude hier... Undertaker... Das bin ich... Ohhhh... Ich bin nur noch... Ja, ich hab' es wirklich auch... Hallo... Hä, wo ist denn dieser perfekte Trader-Tester? Habe ich nicht komplett behindert? Ey, Simon! Du warst Trader, du Arsch, ne? Ich wollte es gerade töten... Ich hab' überlegt, soll ich dich töten... Hab' ich gedacht, komm, nee, das ist so asozial... Arschloch, Alter, ich sag' dir nie wieder, was ich bin... Hauptsache gerade eben, als du Trader warst, als wir unten rumlaufen... Ich hätte dich schön töten können, hab' ich extra nicht gemacht... Hä, warum nicht? Weil wir dann zusammen... Ich könnte selber Innos töten... Dann könntest du die Runde gewinnen... Ich hätt' ja auch Innos töten können... Hä? Ja, dann verlierst du aber Stats... Ja, und? Juck mich das... Schnell, Alter! Ja... Ich setz dich verkackt, krieg' ich durch SkyWars wieder drauf... So, Mann... Weißt du, ich weiß, wie viel ich SkyWars gewinne... Hinter der Simon... Wir sind Trader, alles... Ja... Ja... Ich glaub' es lebt nur noch der da oben... Oh... Ne, 14 Player left, Alter... Ja, ich seh's dir... Wo sind die denn alle? Na, stelle ich beim Traitor-Tester... Ja, das Leben noch so viele... Ja, die sind beim Traitor-Tester... Die testen alle den Traitor... Also wir testen das alle... Der ist in so einer riesen Scheune... Ich seh's... Ja, hinter den Knöpfen... Da läuft jetzt erstmal... Herr, wo? Hinter dem Traitor-Tester in der so großen Scheune... So eine riesen Scheune... Hä, ja, ich bin da... Wie soll ich da hinkommen... hinter diese Scheune? Warte... Äh... Hier... Ne, da kann man... Man hat mich nicht mehr... Ne... Warte mal... Sünder-Ausgang... Hier, Alter! Ja, sie hat mich aber, glaube ich, gefunden... Oder? Haben wir gewacht? Nein... Richtig nicht? Nein... Doch, wenn man... Doch, wenn man... Ja... Ach, war richtig lustig... Einiges direkt mit mir kommt... Ich hab so zuerst gedacht... Ich hab' dich nur gesehen... Ich hab' dich nur gesehen... Ich bin nicht nett zu dir gekommen... Du bist so Arschwirst... Das nächste Mal mit Trater... Sag' ich dir... Ja, treu'n weiter... Wie wir eben beide Trater waren du so... Ja... Ich weiß nicht, ob du Trater warst... Täter und Zettel... Ja, ich hab' ich... Als ob ich dahin gucke... Also bin ich bestes... Ich muss Kisten sammeln... Ich hab' ich... Ich hab' nie... Ich hab' nie... Ich hab' die Idee gespielt... Wenn hab' ich hier Skywurst gespielt... Und ich glaub' Skywurst hab' ich... Übelst gut... Bin ich übelst gut... Ich war ja einmal ziemlich hoch... Aber ich glaub' ich sogar... Tops... Top-Week oder Mann für was ähnliches... Aber nicht lange... Das immer kommt näherhaft... Ja, ich bin mal Trater-Test... Okay... Ich hab' ich noch... Ja, das ist mal immer... Das ist ein Lorentum-Kill... Achthul-Lululululul... Safe, wenn ich wieder keine Kisten erst mal... Eine halbe Stunde lang... Ja, ich hab' voll gut... Ah... stand schwer... So, es braucht nichts... Wir hatten auch keine Runde... Wo wir beide in der Bevölkerung waren... Nö, bisschen nicht... Ah... Fürthing... Ich hab' nur ein Steinschwert... ich hab steigert und Bogen ich hab noch kein Bogen und keine anderen Kisten gefunden ich habe noch eine Kiste gefunden bisher die Mainz noch einer Mütte Bogen Ohlschwert schmeißen nicht nur mit ich bin sonst keiner wo ist jetzt der Scheiß Traitor Tester und was bin ich ich bin ich auch ich werde gleich wieder von irgendeinem ich werde direkt wieder von irgendeinem angeschossen das ist so nötig dieses random Scheiß ich will auch ein Tritter Luca du kommst jetzt hier hin zu Traitor Tester hierher und gehst da rein drückst den Knopf ich bin nicht ach ja hör auf mich zu schlagen Alter ich hier hoch der Klerer Erdkiller drücken Knopf verdammt und gucken mal der Sachsiewald was ist er was ist er er ist in und er hat ja alle mit Klerer geschlagen natürlich sage ich die Wahrheit es ist hier die nicht hier sind Yo 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 eh 17 die nicht hier sind ja sind wir dahinten die safe der SAVE Traitor der Ohrensohn hehehe josh Oh Maaan ich gehe schnell wie dein Traitor Tester damit die sehen dass ich kein Traitor bin der tötet mich, der wight bei irgendwas, Alter Ey, lass mich rein, lass mich rein, ich schwöre euch, ich bin... Der ist safe Traitor der Hurensohn Boah, was? Der hat mich einfach im Traitor-Testor getötet Wie schlecht ist, äh? Digga Na komm, was aus der Runde rausgehen, zack, aus der Runde Nächste Runde, egal, selbst in die Aufnahme 40 Minuten geht es mir egal Ich mach Spaß, ne? Ja, ja Wir lass gleich auch noch eine Runde Betroß spielen Ja, wir werden noch halt ein Sieg spielen Ja, wäre einfach zu gleich noch eine Runde Betroß dran Ich bin halt ein Sieg noch, als würde ich so eine Riesenfolge daraus machen Na, ich werde eine Stunde lang ist mir auch egal Alter, du bedenkst, ne? Das ist das krasseste Internet Sie man, ich glaube, eine 20 Minuten Folge, eine halbe Stunde hoch Ich hab letztens dieses... Dings, ähm... Ich hab ja... dieses Intro hochgeladen, ne? Es ging fünf Sekunden Ja, in den Intro würde ich auch so schnell hochladen, diese drei Sekunden, dass es nur dauert Also ich muss sagen, irgendwie hab ich das Gefühl, mein Internet hat sich extrem verbessert Ich weiß nicht, ob mein Vater wollte ein neues Internet machen Ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat Das weiß ich halt nicht Auf jeden Fall... Was weiß ich? Was weiß ich? Ach, nee, aber ich lade auf jeden Fall... ich lade ziemlich schnell hoch, muss ich sagen Ach man, dieser... Also letztendlich mittlerweile, wie gesagt, äh... ich brauche halb fünf 20 Minuten Video, eine halbe Stunde Und ich glaube, deswegen ist es mir scheißegal, selbst wenn die Map ist... Alter, ne? Mein Himmel ist komplett Ne, meiner geht wieder Ich glaube, ich bin jetzt noch die Runde und dann lass mal Heidenzieg spielen Ja Da fack diese Heiden mal ab, da Ich mach mal mal, da Ich mach mal mal, da Ich mach mal mal, da hab ich's gemacht Dann Dann Ja, dann Aber mein Himmel ist immer noch so Ich mach eins wieder an Holzschwert Ja, egal, ich hab keine Ahnung, was ich hab' ich genau Ich hab' die Wecke schnappt, du hast es schon gar nix, ne? Doch ich hab' eine Kiste gelotet Ach fuck, Alter, wie so dauert das so lang mit dem dann So, Holzschwert Mann Mann Ey, du komm' noch Mein Spiel spät, glaub' ich Also ich hab' äh, jetzt Bogen alles Ich hab' mein Picture-Pack drin Ich hab' mein Picture-Pack drin Bist du wieder drin? Simon Okay Auf jeden Fall ist es Traitor, Leute Ey Ich hab' mir das anschießen von denen Wo ist denn der Traitor-Tester? Test-Tower Warum sag' ich nicht Test-Tower? Traitor-Tester-Lol Ey, dieser eine ist schon wieder random am Ballern Warum? Wieso? Er Wer hat mich gekötet? Wer hat mich getötet? Alter Wer hat gewonnen? Dieses Random-Kill nervt mich so hart Ich werd' jetzt noch eine Badwurst zocken Weil, äh, Simon scheint grad eh nicht Anschein grad eh irgendein Problem zu haben Ähm, ich würd' sagen, ich mach' hier kurz einen Cut Dann Simons, äh, auf Gomme Jo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen Ich hab' leider die Abmeldung trotzdem vergessen Aber, ich sprech' jetzt einfach nach Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da Ich hab' jetzt probiert, ein bisschen Größeres Video zu machen Und, erzählt euch einen Freund, wenn ihr den Kanal gut findet Haut rein, wir sehen uns im weiteren Video Und, ciao!